Herzlich willkommen hier zur Premiere unserer neuen Staffel bei den Glaspionieren. Mein Name ist Stefan Gründl. In den nächsten Wochen beantworten wir euch Fragen, die uns immer wieder rund um unsere Produkte erreichen. Und wir starten heute mit unserem Ganzglas-Geländersystem von OnLevel. Am Ende geben wir euch auch noch ein paar Informationen, welche Profile es überhaupt gibt, worauf muss man bei der Profilauswahl achten und geben euch auch ein paar nützliche Tipps und Tricks dazu. Was ist eigentlich ein Ganzglas-Geländer? Ein Ganzglas-Geländer unterscheidet sich von einem klassischen Pfostengeländer dadurch, dass ein Profil nur auf dem Boden montiert wird, das heißt auf dem Boden oder seitlich vor dem Boden montiert wird und das Glas nur am Fuß gehalten wird, linienförmig. Bedeutet, hier wird die Last vom Glas in die Bodenschiene übertragen. Das Glas muss entsprechend dicker ausgeführt werden als bei einer klassischen Pfostenverglasung mit Lämmhalterungen. Und es gibt da Unterschiede im klassischen Privatbereich, sind es 0,5 Kilo Newton Anpralllast, die das Geländer aushalten muss. Im öffentlichen Bereich 1 Kilo Newton oder sogar in Sportstätten 2 oder 3 Kilo Newton. Das hängt immer ganz davon ab, wo das Geländer eingebaut werden muss. Heute behandeln wir vor allem die Glasmontage, denn das ist das Thema, das die meisten auch unserer Kunden interessiert. Wie funktioniert denn die Glasmontage? Das Wichtigste ist ja immer, es muss flexibel sein, deswegen heißt unser System auch Flexfit. Ja, was ist Flexfit? Flexfit besteht aus GFK-Schlitten, die ins Profil eingelegt werden, alle 30 cm. Und das mache ich als allererstes. Hier habe ich übrigens schon eine Scheibe als Seitenscheibe vormontiert, eine schmale, dass wir es hier auch ein kleines Stück schön demonstrieren können. Die Flexfit-Schlitten kommen alle 30 cm ins Profil und werden einfach nur oben reingelegt. Ihr seht auch, sie sind flexibel, sie gehen schön hin und her, schön mittig ausgerichtet, alle 30 cm. Hier mache ich es ein bisschen näher beieinander, damit es auch schön passt zum Demonstrieren. Und nach dem Einlegen der Flexfit-Schlitten drücke ich den äußeren Gummi ein. Und ihr seht schon, ich stehe hier auf der Innenseite. Das heißt, ich habe euch erklärt, der äußere Gummi wird eingedrückt, weil ich alles komplett von innen machen kann. Ich muss also nicht von der Fallseite arbeiten, ich kann alles von innen von der Montageseite aus machen, was natürlich die Montage deutlich erleichtert. Als Hinweis noch zu den Gummis. Wir haben einen Außengummi, der ist Vollmaterial und einen Innengummi, der ist mit einer Hohlkammer versehen. Hintergrund der ganzen Thematik, der äußere Gummi muss die Anpralllasten aufnehmen von 0,5, 1,2 Kilo Nr. Und der innere Gummi, der nimmt die Windlasten auf. Das heißt, auch hier ganz klar gekennzeichnet uns im Set in der Einbaureihenfolge A, B, C. Innere Gummi, der kommt also ganz am Schluss rein. Nachdem wir jetzt die Flexfit-Schlitten alle 30 cm ins Profil gelegt haben und den äußeren Vollmaterial-Gummi ins Profil eingezogen haben, jetzt kommt die Scheibe rein. Eine VSG aus ESG-Scheibe, VSG aus TVG-Scheibe in einer Glasdicke von mindestens 2x8 mm ESG oder TVG mit mindestens 0,76er Folie. Wir machen in der Regel eine 1,52er Folie rein, also 17,52 mm Glas. Das ist wirklich die Mindestdicke, die wir brauchen aus statischen Erfordernissen. Diese Scheibe lege ich in die Flexfit-Schlitten rein. Das heißt, wir haben ja auch keinen Kontakt zum Metall durch diese GFK-Schlitten. Ich kann also hergehen, führe die Scheibe ein, ist natürlich mit so einer kleinen Scheibe jetzt relativ leicht auch und lege die Scheibe ins Profil. Nachdem ich die Scheibe ins Profil gelegt habe, kann ich sie natürlich auch ausrichten. Das Schöne ist, dadurch, dass wir hier kein Gummiprofil haben, stoppt unten nichts im Profil. Auf dem GFK lässt sich das Glas sehr, sehr schön verschieben. Ich zeige es euch einfach mal hier an dieser Scheibe. Man kann wirklich unten drücken und die Scheibe ausrichten. Wichtig ist, ein Spalt zwischen den Gläsern sollte auf jeden Fall sein. Zwischen 0,8, aber maximal 30 mm, das ist laut Norm zugelassen. Das ist eine Geschmackssache, je nachdem, ob jemand die Glaskanten auch mal reinigen möchte zwischendurch. Also im Schnitt sind es so 10 mm, die so zwischen den Scheiben als Abstand gelassen werden. Nachdem ich die Scheibe ausgerichtet habe, das heißt im Profil, den ich hergeschoben habe, den gleichen Abstand zwischen den Gläsern habe, kommen diese kleinen Klötzchen hier ins Spiel. Die sind entsprechend der Glastecke auch angefertigt, werden im Set mitgeliefert. Das heißt, wir haben für jede Glastecke ein entsprechendes Verglasungs-Kit, Flexfit-Kit, mit den richtigen Gummis, mit den richtigen Klötzen und mit den richtigen Flexfit-Schlitten. Diese Klötze haben eine Seite, die ist gekennzeichnet als Glas-Seite. Diese Seite muss zum Glas hin in das Profil eingedrückt werden, und zwar genau dort, wo ihr durchs Glas hindurch den kleinen weißen Pfeil des Flexfit-Schlittens seht. Wir haben in dem Fall immer zwei Stück drin, das heißt, ich nehme die zwei Klötze, drücke sie auch mit der Hand nur rein. Hier ist der zweite Klotz. Einfach erst mal nur reingedrückt, dann ist das Glas zumindest fixiert. Denn als nächstes können wir die Scheibe in der Neigung ausrichten. Und das passiert mit unserem Flexfit-Tool. Nachdem die Gläser nun alle ins Profil eingesetzt sind und nebeneinander ausgerichtet wurden, bedeutet das, dass die Abstände zwischen den Scheiben jetzt schön ordentlich sind, entweder 8 mm, 10 mm, 15 mm, wie gesagt maximal 30 mm, kommt nun unser Flexfit-Tool zum Einsatz. Bedeutet, ich kann bei jedem Flexfit-Schlitten von innen in das Profil eingreifen und kann die Neigung der Scheibe verstellen. Ganz, ganz wichtig bei einem Gansglas-Geländer, dass auch alles in einer Flucht ist und falls eben, wie gesagt, aufgrund des Untergrundes, aufgrund des Profils, der Montage des Profils zum Untergrund, gerade im Altbau, minimale Unterschiede im Glas da sind in der Neigung, nehme ich dieses Tool, stecke es genau beim Flexfit-Schlitten von innen in das Profil rein, wie gesagt, auch hier, Einstellung komplett von innen, ich muss nicht an die Außerseite gehen, kann mir die entsprechende Neigung des Glases ansehen und das Glas exakt zur Nebenscheibe ausrichten. So, mit unserem Flexfit-Tool sind wir jetzt fertig, wir haben alle Gläser schön ausgerichtet, dass alle in einer Flucht stehen, jetzt werden sie fixiert und zwar mit unserem Kombi-Tool, überall dort, wo ihr den Klotz seht im Profil, überall dort, wo ein Flexfit-Schlitten ist, machen wir den Klotz jetzt fest und zwar ruhig mal, zweimal mit Schmackes draufgehen, damit ist das Glas soweit jetzt wirklich fixiert. Ganz am Schluss, wenn alles drin ist, die Klötze alle eingeschlagen sind, kommt der innere Gummi, bedeutet, ich kann wirklich in dem Fall auch wieder alles von innen verglasen, drücke den Gummi kurz rein, beziehungsweise ich fange jetzt hier einfach mal von rechts an und kann dieses Tool einfach umbauen zu einem Tool, mit dem ich den Gummi einweilen kann. In dem Fall eine schöne Hilfe, bevor man es mit dem Hinten eindrückt, das heißt, ich gehe hier drauf und kann wunderbar den Gummi mit Vor- und Rückwärtsbewegungen oben ins Profil einsetzen und einmal drüber gehen, fertig ist das Ganzglasgeländer. Leichter geht es nicht. Ihr habt gesehen, die Montage unseres Ganzglasgeländesystems ist ganz easy, wenn man Baranbedingungen beachtet. Warum haben wir uns als Firma Grünglas für dieses System entschieden? Das sind ganz klar die Vorteile. Und zwar der wichtigste Vorteil überhaupt, ich montiere das Glas komplett von innen. Ich brauche kein Gerüst außen, um die Glasscheiben zu montieren, um die Gummis zu montieren. Ich kann das alles komplett von innen machen, nachdem das Profil am Boden befestigt ist. Und es ist natürlich auch ein Riesenvorteil im Bereich der Revision. Bedeutet, Revision, wenn mal was kaputt geht, in ein, zwei, drei oder fünf Jahren, kann ich alles von innen ausbauen, beziehungsweise den Bereich ausbauen, wo die Scheibe zum Beispiel kaputt ist, nehme nur diese eine Scheibe raus, setze neu rein und alles wird wieder verschlossen. Das ist also ein ganz, ganz großer Vorteil, auch zukünftige Kosteneinsparung durch ganz einfachen Austausch von einzelnen Glasscheiben. Und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, dieser Flexfit-Schlitten, den ihr hier seht, ist sehr konisch zugeführt. Bedeutet, ich verschiebe im Profil die untere Glaskante. Dadurch ist die Drehachse des Glases hier oben am Gummi. Ich verändere somit bei der Neigungseinstellung nicht den Druck auf die einzelnen Gummis, dass ich sage, ich gebe mir Druck auf den äußeren oder auf den inneren Gummi, sondern ich drehe die Scheibe hier oben direkt am Gummi. Der Druck bleibt immer gleich und ich verändere nur die untere Kante des Glases im Profil. Großer, großer Vorteil. Bedeutet, der eine Gummi kann nicht lockerer werden, weil er einfach mehr Luft hat und die Scheibe mehr nach außen gedrückt wird und der innere fällt dann vielleicht mal raus, sondern es bleibt alles so, wie es ist. Das ist das wichtigste Thema. Hier bei unserer Verglasungsanleitung, Glasmontageanleitung, haben wir euch unser Bodenprofil gezeigt. Eins von unseren Bodenprofilen. Es gibt natürlich auch noch weitere Möglichkeiten. Ich habe vorhin auch von Seitenmontage gesprochen. Bedeutet, es gibt auch Profile, die sind mit entsprechenden Bohrungen versehen in der Fläche und diese kann ich dann seitlich an den Betonrand schrauben. Hierbei ein klassisches O-Profil. Bedeutet, ich schraube das so hin, dass ich nur ein kleines bisschen Überstand nach oben über den Beton habe und je nachdem, wie der Bodenaufbau ist und natürlich auch die Höhe des Betons, gibt es sogenannte Y-Profile. Das sieht man jetzt hier komplett mit einer Blende oben drüber. Hier wird das Profil nach unten versetzt montiert und steht über den Boden hinaus beziehungsweise es gibt noch höhere Profile, wenn ich einen hohen Isolieraufbau auf dem Balkon, auf der Terrasse habe, damit das Profil auch entsprechend oben abschließt. Hier entsprechend die Montagebohrung wieder, Semblies Zubehör, was benötigt wird und auch welche Schrauben, welche Anker benötigt werden, findet ihr bei uns in den Beschreibungen im Kanalog. Der Download-Link dazu in den Shownotes bei uns hier im Video. Und ganz, ganz wichtig, auch immer ins AWP schauen, denn da steht genau drin, in welchen Abständen verschraubt werden muss. Alles entsprechend statisch berechnet, statisch nachgewiesen und natürlich gibt es zu allen unseren Profilen auch einen Pendelschlagversuch. Ganz, ganz wichtiges Thema. Was wäre ein tolles Produkt ohne Zubehör? Hier seht ihr zum Beispiel einen Unterlegkeil, den ihr direkt mit bestellen könnt. Dieser dient dazu, er ist aus Aluminium, um Unebenheiten am Boden auszugleichen. Das heißt, bei der Montage des Profils, wenn ihr Unebenheiten seht, schiebt ihr den Kalt runter, knickt ihn entsprechend ab, schraubt das Profil fest, das war's. Ein cooles Teil ist auch das Topcover. Mit dem Topcover kann man das Profil innen als auch außen verkleiden mit separaten Materialien, Holz, Kunststoffen oder Blech. Gibt es in verschiedenen Stärken. Sehr schön auch das Flow Connect Profil. Bedeutet einen schönen homogenen Übergang zwischen innen kann der Profil hin zum Fußboden. Wird also auch von innen aufgeschlagen, bevor der innere Gummi reinkommt. Für die, die alle, die es ganz besonders schön haben wollen, keine Lücke zwischen den Scheiben unten im Profil sehen wollen, gibt es diesen Lückchenfüller, nennen wir es sagen wir dazu. Das sind 20 cm Stücken, die werden immer auf Glassteiger auch mitbestellt. Hier könnt ihr euch kleine Stückchen rausschneiden und entsprechend, wenn alles montiert ist, zwischen die Scheiben unten ins Profil reinstecken, zwischen die zwei Dichtgummis. Und zu guter Letzt auch hier noch unser sehr, sehr schöner, schlanke Edelstahlkantenschutz. Ein schönes Teil, ein schönes Profil mit integrierten Klebeband. Bedeutet, wenn die Scheiben alles super ausgerichtet sind, ganz am Schluss zieht ihr den Layer ab, setzt das Kantenschutzprofil drauf und schon habt ihr einen vollwertigen Kantenschutz auf dem Glas. Und das ist sehr, sehr, sehr filigran. Und auch natürlich in der Zulassung geregend. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben über die Montage eines Ganzglasgeländers und vor allem auch die Verglasung der Scheiben. Wenn ihr Fragen habt, wenn euch vielleicht bestimmte Produkte noch interessieren, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Dann bekommt ihr eine Info, wenn wieder was Neues hier drauf kommt. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao, servus.